Amateurhaft, wenn überhaupt, aber Cybron sieht Potenzial. Wirklich? Ich hab Monate gebraucht... Cybron hat dein Gesicht langsam satt. Cybron hat dich nicht fortgeschickt. Verweile noch etwas, während er deine Arbeit bewertet und du derweil seine anhimmst. Das ist der Wahnsinn! Wir gewinnen gleich! Der Sabba stinkt ja übel! Das ist Lama, Sabba! Wieso weißt du das? Wieso weißt du's nicht? Bringen wir's zu Ende! Volltreffer! Jetzt brauchen wir nur noch die Flagge! Wieso sieht Gewinnen wie Verlieren aus? Eine zweite Kanone? Wie sollen sie so denn gewinnen? Gar nicht! Cybron-Spiele kann man nicht gewinnen! Darum spielen die Leute weiter und Cybron wird ekelhaft reich! Das ist diabolisch! Das amüsiert Max! Hör auf! Das ist Cybrons Ding! Ergütze deine Augen hier ran! Cybrons Marketing ist nämlich auch unschlagbar! Obacht! Diese angsterfüllten Verlierer kommen aufs Cover jeder Verpackung von Sabba Ball! Aber... Das ist entwürdigend! Absolut korrekt! Lach mit Cybron! Du lachst gar nicht! Max will seine Skizze jetzt zurück! Okay? Max benutzt jetzt auch die dritte Person! Und obendrein lacht er verrückt! Hohohohohoho! Wir brauchen Hilfe! Max! Wir sind reingelegt worden! Max! Stevie! Wir wurden reingelegt! Stevie hat die Wahrheit gesagt! Wir sind verloren! Los! Wir verschwinden hier! Zug! Cybron hat eine zweite Kanone, aber sie haben mich! Was ist los? Guck mal da! Phoebe versucht, die Sabba-Belle abzulenken! So viele davon packe ich aber nicht! Was willst du denn hier? Niemand demütigt Max' Geschwister außer Max! Wie lautet der Plan? Ich glaube, am besten zerstören die beiden Kanonen sich gegenseitig! Was ist los? Was ist los? Hier wird gleich alles zugesabbert! Villina, run her los! Oh je!